Ihr seid alle fünf? Arbeitet in der Kita oder alle sechs? Ihr fünf? Cool. Wie heißt eure Kita-Gruppe? Blaumeisen-Gruppe. Blaumeisen-Gruppe. Ihr klingt echt wild. Blaumeisen-Gruppe. Die Kinder schämen sich doch. Nennt euch doch wenigstens die wilden Igel oder so. Was ist eine Blaumeise? Ein Vogel. Nennt euch doch Adler-Gruppe. Wir haben eine Amsel-Gruppe. Amsel macht es nicht besser. Sie so, und Amsel? Walla, wir sind cool. Wir sind in der Amsel-Gruppe, wir sind in der Stieglitz-Gruppe. In der? Stieglitz-Gruppe. Und wir haben noch einen Rotkäse. Okay. Bei euch gibt es auch nur veganes Essen, oder? Ja, cool. Auf jeden Fall. Wenn ich einen Job brauche, ich melde mich nicht. Ja. Ja.